Diesen 1. Mai lässt Hitler zum Feiertag. Während erfüllt so eine alte Forderung der Arbeiter. Hat der Nazi-Staat riesige Aufmärsche überall organisiert. Und dieser 1. Mai, er soll damit auch dokumentieren, dass wir nicht zerstören wollen, sondern auch zum Ausgedenken. Und die freien Gewerkschaften und auch die christlichen Gewerkschaften hatten in den Tagen vor dem 1. Mai 1933 dazu aufgerufen, an diesen staatlichen Mai-Demonstrationen teilzunehmen. Der 1. Mai wurde dann mit den Beschäftigten in den Betrieben begangen. Das heißt, die mussten alle antreten, während man vorher zu Maikundgebungen der Gewerkschaften freiwillig ging. In der Weimarer Zeit und davor. Auch die Arbeiter sollten mitmarschieren und sind zum Teil auch mitmarschiert. Und der 1. Mai, der war ja früher Kampftag der internationalen Arbeiterbewegung. Auch der internationalen Gewerkschaften, die selbstständig für ihre Forderungen eintrat. Der wurde nun von den Nazis erklärt zum Tag der nationalen Arbeit. Also nichts mehr mit international, sondern Tag der nationalen Arbeit. So als riesige Propaganda-Aktion natürlich für den gerade etablierten Hitler-Staat. Was man oft vergisst, ist, der 1. Mai war bis 1933. Zwar der sozusagen Demonstrationskampf und auch irgendwie Feiertag der Arbeiterbewegung, aber war nicht etwa staatlicher Feiertag. Sondern man musste sich sozusagen das Recht nehmen, am 1. Mai teilzunehmen als Arbeiter. Und die Nazis hatten ja daraus einen staatlichen Feiertag gemacht. Zum ersten Mal war der 1. Mai staatlicher Feiertag und die Betriebe mussten dicht machen. Die haben also vieles so aus der Tradition der Arbeiterbewegung so an sich gezogen und im politischen Inhalt umgedreht. Aber so symbolisch manches davon blieb erhalten. Und dann konnte so ein bisschen vorgetäuscht werden, na wir, die Nazis, sind doch diejenigen, die für die Interessen der Arbeiterbevölkerung wirklich eintreten. 1. Mai große Kundgebung, 2. Mai Besetzung der Gewerkschaftshäuser. Ach, es wird schon nicht so schlimm werden. Und wenn wir uns nur eben richtig anpassen und wenn wir ein gewisses Maß an Wohlwollen zeigen, dass wir eben dann auch unter einem Regierungswechsel so geduldet werden. Dass es da auch bei den Gewerkschaftsführungen Illusionen gab. Die glaubten tatsächlich, die Idee retten zu können, wenn sie mit den Nazis paktierten und haben am nächsten Tag die Quittung bekommen. Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Vielen Dank.